Ja, liebe Rüdiger, vielen, vielen Dank. Liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr heute so zahlreich da seid. Und lieber Tino, dir danke ich dir für diese fulminante Rede und dafür, dass du uns hier Oberbayern besucht hast. Dankeschön. Danke. Ich muss mich entschuldigen, ich sollte eigentlich von Tino sprechen. Er ist unser Bundesvorsitzender, er ist mein Chef in der Fraktion, er ist der Fraktionsvorsitzende. Und das ist so eine Ausnahme, dass die Vorgruppe eigentlich nach dem Hauptakt spricht. Aber wir wollten, so wie die Grünen sich das wünschen, mit dem Lastenfahrrad herkommen. Und dann sind wir schon auf den ersten zwei Kilometern in München, hatten wir dann eine Stunde Verspätung. Und dann haben wir gesagt, na, nehmen wir doch lieber das Auto, einen Dieselverbrenner. Und dann haben wir noch aufgeholt und sind nur mit einer halben Stunde Verspätung gekommen. Aber da sind wir schon mitten im Thema. Es gibt in Deutschland 800.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Und der bayerische Wirtschaftsminister hat das vor einem Jahr in einer Pressekonferenz öffentlich gesagt. Er hat gesagt, wegen des Umstiegs auf die Elektromobilität wird die Hälfte der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie wegfallen. Und das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Der Wirtschaftsminister sagt, wegen einer fehlerhaften politischen Entscheidung machen wir die Hälfte der Arbeitsplätze platt. Und die einzigen, die sich dagegenstellen, sind wir von der AfD. Das werden wir nicht zulassen. Wir haben hier plakatiert, unser Geld für unsere Leute. Das ist ein Thema sozialer Gerechtigkeit. Und vor allem das, was in den letzten Jahren hier in diesem Land passiert, soziale Ungerechtigkeit. Und bevor ich... Ja, da könnt ihr schreien. Es ist gut, dass ihr da seid. Ich begrüße das ausdrücklich, dass Menschen mit einer SPD-Fahne und vor allem mit der IG Metall-Fahne gegen uns, gegen die AfD demonstrieren. Das sind die, die eigentlich für die Rechte der Arbeitnehmer, die gegen die Abschaffung der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie demonstrieren sollten. Nein, sie verbünden sich mit der Regierung und demonstrieren gegen das eigene Volk. Ihr seid die Verräter! Aber lassen Sie uns über die soziale Ungerechtigkeit sprechen in diesem Land. Sie können sich bestimmt erinnern in den letzten Jahren an ein Ritual, das es jedes Jahr im Prinzip harte Diskussionen gegeben hat, als es darum ging, wollen wir die Renten erhöhen? Und dann wurde gestritten. 2,1 Prozent oder 2,3 Prozent. Und dann hieß es immer von der Regierung, nein, wir müssen sparen. Nein, wir haben kein Geld. Oh, die schwarze Null muss stehen. Und dann gab es eine Erhöhung. Ja, bitte, das Bier nehme ich schon gerne. Komm, 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 schnell. Danke. So, Prost. Und dann gab es nach harten Kämpfen dann eine Erhöhung, ja. Und was ist plötzlich ab 2015 passiert? Dann kamen dann zwei Millionen Migranten, die wir reingelassen haben. Und dann hieß es plötzlich, wir haben das Geld, ja. Wir sind nur ein offenes Land. Und koste es, was es wolle. Und wenn wir von der AfD dann sagen, nein, das wollen wir nicht, dass es so geht, dann ist es, oh, ihr seid ausländerfeindlich. Nein, das stimmt nicht. Wir sind inländerfreundlich. Das ist die richtige Sichtweise. Denn, liebe Freunde, wir sind hier in Oberbayern. Und ich komme sogar aus München. Also, wenn Sie sich das nehmen, Oberbayern mit der reichen Region München mittendrin. Jeder zweite Rentner in Oberbayern muss mit weniger als 800 Euro Rente auskommen. Und da hieß es 2015, ja, wir sind ein reiches Land, wir können uns das alles leisten, ja. Aber wenn Sie mit weniger als 800 Euro im Monat auskommen müssen, und das ist nur der Durchschnitt, das sind sehr viele Menschen, die 600, 500, 400 Euro nur haben. Das sind viele von den Trümmerfrauen, die dieses Land nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben. Ja, übrigens entgegen der Behauptung mancher Grünen, nein, das waren nicht die Türken, die sind erst in den 60er Jahren gekommen. Das waren schon unsere Großmütter, das waren die Trümmerfrauen, die dieses Land aufgebaut haben. Und für diese Menschen stehen wir ein. Und die Diskussion setzt sich bis in die aktuellste Politik fort. Ich bin der ranghöchste Außenpolitiker der Partei, ich bin im Auswärtigen Ausschuss der Obmann. Wir haben, was haben wir diskutiert die letzten drei, vier Wochen, gesamtgesellschaftlich, im Bundestag und in der Partei? Den Rückzug aus Afghanistan. Übrigens, wir als Partei, wir haben das schon von Anfang an gesagt, unsere Soldaten haben da in Afghanistan überhaupt nichts zu suchen. Der SPD, der ehemalige SPD-Verteidigungsminister Struck hat gesagt, unsere Demokratie wird am Hindukusch verteidigt. Das ist ein totaler Blödsinn. Am Hindukusch wird gar nichts verteidigt von unserer Demokratie. Unsere Demokratie wird hier auf diesem Marktplatz verteidigt. Unsere Demokratie wird in Deutschland verteidigt. Unsere Demokratie wird an den Außengrenzen Europas verteidigt. Und wir alle, wir alle, Sie, Sie, Sie hinten auch, ich auch, wir alle sind belogen worden von unserer Regierung in diesen Tagen. Wieder mal im Auswärtigen Ausschuss vor dem Rückzug wurde uns gesagt, es geht nur um 2500 Ortskräfte. Stimmt ihr dem zu, dass wir die nach Deutschland holen? Und dann haben wir von der AfD gesagt, selbstverständlich, selbstverständlich. Menschen, die 20 Jahre lang deutsche Soldaten unterstützt haben, die unter Einsatz ihres eigenes Lebens uns Deutschen dort geholfen haben. Dann haben wir gesagt, ja klar, das sind wir unserem Renommee in der Welt, das sind wir den Menschen schuldig. Klar holen wir die rein. Dann hieß es, ja, aber der eine oder andere wird dann auf die Schnelle noch seine zweite oder dritte Frau heiraten. Vielleicht werden es nicht zweieinhalb, sondern dreieinhalbtausend werden. Dann haben wir gesagt, okay, ich schwamm drüber. Auch. Aber eine Woche später hieß es dann plötzlich, oh, das sind 10.000. Und zwei Wochen später hieß es, oh, das werden 70.000. Und mittlerweile sollen es mehrere Hunderttausend sein. Und da sagen wir ganz klar, nein, da machen wir nicht mit. Und lieber Rüdiger, lieber Gerrit, übrigens Kompliment. Auf dem Weg hierhin sind wir an sehr, sehr vielen Plakaten vorbeigefahren von euch. Ihr habt das hier toll plakatiert. Und auf einem steht, Afghanen ortsnah unterbringen. Nicht hier in Deutschland. Und das ist richtige Politik. Ja, selbstverständlich, wir sagen auch, ja, natürlich helfen wir den Menschen. Wobei ich persönlich, muss man sagen, 20 Jahre lang hat man in Afghanistan versucht, eine Zivilgesellschaft aufzubauen. Wir haben da mit Hunderten von Millionen Euro und die Amerikaner mit Milliarden von Dollar eine Armee ausgebildet, ausgerüstet mit besten Waffen, die am Ende 300.000 Mann gezählt hat. Und diese am super ausgebildeten, super ausgerüsteten 300.000 Mann haben sich innerhalb von weniger Tage absolut kampflos, ohne einen Schuss abzugeben, 70.000 bis 80.000 Taliban-Terroristen ergeben. Und haben das Land einfach mal denen übergeben. Und da muss ich mich fragen, warum? Und die Antwort ist aber auch bekannt. Schon 2013 wurde eine groß angelegte internationale Umfrage gemacht unter Moslems in unterschiedlichen Ländern. Und die wurden gefragt, wollt ihr nach der Scharia leben? Und Afghanistan ist da eine einsame Spitze. In Afghanistan haben sowohl Frauen wie Männer, hat 99 Prozent der Menschen gesagt, ja, wir wollen nach der Scharia leben. Und liebe Freunde, überlegen Sie mal ganz kurz, finden Sie ein Thema in Deutschland, bei dem 99 Prozent der Bevölkerung eine Meinung ist? Sie werden keins finden, keins. Aber 99 Prozent der Afghanen wollen nach Scharia leben. Da sage ich, ja, gerne, bitteschön, aber bitte in Afghanistan, nicht hier in Bayern. Und wenn wir sagen, die Migranten sollen ortsnah untergebracht werden, das heißt in den Nachbarländern, dann reden wir natürlich auch mit den Regierungen der Länder, die um Afghanistan herum sind. Und wissen Sie, was diese Regierungen gesagt haben? Und das sind alles muslimische Länder. Die haben gesagt, nein, um Gottes Willen, nein. Und warum? Weil die Angst vor der Islamisierung haben. Das ist der Punkt. Also, das muss man sich vorstellen. Und diese Leute will unsere Regierung hier nach Deutschland reinholen. Jungs, liest einfach mal die Zeitung. Da steht das alles. Die Studie wurde veröffentlicht schon 2013 im Handelsblatt. Ihr könnt das jetzt während der Veranstaltung googeln. So, liebe Freunde, und letzter Punkt von meiner Rede. Ich würde da gerne anknüpfen daran, was mein Freund, Parteifreund Tino gesagt hat, Tino Chrupalla. Wir, die AfD. Wir sind die... Hey! Die Polizei zieht das Bier ein. Diskriminierung von Flüchtlingen, was soll das denn? Wir sind die einzige Partei, die für die arbeitende Mittelschicht noch einsteht. Und ich sage das hier deutlich, weil... Und auch an die Adresse der Menschen, die da hinter dem Zahn stehen. Und vielleicht denken, sie müssen oder sollen gegen uns demonstrieren. Das ist mittlerweile global. Überhaupt kein Kampf links gegen rechts. Wir stehen im Kampf die da oben gegen die da unten. Und man hat das in den letzten vier Jahren sehr schön in den USA sehen können. Weil USA haben nur zwei Parteien. Das heißt, da bricht das ganz anders. Und Donald Trump war der Präsident der arbeitenden Mittelschicht. Und diejenigen, die gegen ihn sind, Joe Biden, Hillary Clinton, und die ganze Clique wurde finanziert von internationalen Großkonzernen. Die Spenden sind öffentlich. Es sind Spenden in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar. Internationale Großkonzerne haben den Wahlkampf von Joe Biden finanziert. Aber wen hat Joe Biden angesprochen? Er hat die Unterschicht angesprochen. Diejenigen, die nicht arbeiten oder die wenig arbeiten, der hat eine Umverteilung versprochen. Und hier, die Freunde, machen das genauso. Bis hin zum bedingungslosen Grundeinkommen. Leute, wo wollt ihr das Geld hernehmen für diese Umverteilung? Natürlich von den Steuern von den arbeitenden Menschen. Und so ist die arbeitende Mittelschicht in die Zange gekommen. Von unten und von oben. Und wenn sie mit so einer Politik sich erstmal die Stimmen holen von der Mehrheit, dann die Mittelschicht schröpfen, über die Steuern das Geld wegnehmen, das umverteilen. Und die Leute geben das natürlich aus, für irgendwelche Dienstleistungen, Waren von den internationalen Großkonzernen. Also das Geld kommt dann schon wieder zurück zu den internationalen Großkonzernen. Dann landen wir in der Falle. Und dazu sagen wir, genauso wie Donald Trump in den USA, sagen wir hier in Deutschland als AfD, als einzige Partei, ganz klar, nein, wir schützen die Mittelschicht, wir schützen die arbeitende Bevölkerung. Und liebe Freunde, Tino hat das gesagt. Er ist ein Handwerker, er ist ein Malermeister. Schauen Sie, ich bin Unternehmer. Diese Partei gab es 2013, gab es sie noch gar nicht. Das heißt, alle, wir alle, wir sind Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Die AfD ist die einzige Partei, in der sie keinen Lebenslauf finden wie in den Altparteien. Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal, solche Leute haben wir nicht bei uns. Wir haben alle nur Leute, die arbeiten, die ihre Familien mit ihrer Arbeit ernähren. Und genau für diese Leute machen wir auch unsere Politik. Und deswegen, liebe Freunde, deswegen ist die AfD nicht nur die jüngste Partei Deutschlands, sondern wir sind auch die erfolgreichste Neugründung seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind in alle Landesparlamente reingekommen, wir sind ins Europaparlament reingekommen und wir sind im Bundestag die stärkste Oppositionspartei. Und wenn Sie möchten, dass wir auch weiterhin Ihre Interessen unterstützen, wählen Sie uns wieder. Dankeschön. Dankeschön.